Los geht's! Czaddi. Das war ein Foul. Aga kickt die Kugel nach vorne. Und er haut das Ding vor. Schlampinger Pass. Ohne Probleme. Abgefangen durch Aga. Und jetzt Soldado. Gerard. Sterling. Da geht der Ball nach vorn. Nee, da kommt er nicht durch. Skertel. Steht gut und ist zur Stelle. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Glenn Johnson. Schwacher Ball. Leicht abgefangen. Und weg ist der Ball. Sterling. Gerard. Und dann verlieren sie ihn an Perbou. Flackwechsel. Nee, so nicht. Flackwechsel. Verdonge. Das gibt Eindruck. Seitenwechsel. Sterling. Jetzt könnte er flanken. Torwart kommt raus und holt in sich. Und da ist der Ballverlust. Der ist kaum vom Ball zu trennen. Nee, den verliert er an Kyle Walker. Schlag nach vorne. Das kann interessant werden. Lennon schießt. Nee, der Ball ist weg. Und jetzt versucht er's. Chani. Chani. Der letzte Ball kommt nicht an. Hier ist Sackgasse Einwurf Das waren die ersten 45 Minuten Sie spielen im Augenblick noch zu defensiv Es ist ihnen nicht gelungen, Torchancen herauszuarbeiten Sie werden sich in der zweiten Hälfte deutlich steigern müssen Ein torloses Remis nach Durchgang 1 Hoffen wir auf das ein oder andere Durchgang in der zweiten Hälfte Das ist ein ganz gefährlicher Ballverlust an Adebayor Und jetzt Adebayor Da kommt der Schuss Und abgefangen Und ein Pass in Richtung Grundlinie Bolinio Und jetzt Soldado Ah, da muss der Ball besser kommen Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch Gut abgefangen Lennart Starke Defensivaktion Das kann man besser lösen Und jetzt Soldado Da treibt er den Ball weit vor Und jetzt Soldado Er steckt ihn durch Und er probiert es Da kann er sich lösen Luis Suarez Jetzt vielleicht die Chance Und jetzt Adebayor Da kannst du eine Schablone drauflegen Wie vorhin Und wieder klappt es nicht Das ist ansehnlicher Angriffsfußball Aber sie lassen die Chancen zu fahrlässig liegen Den Pass abgefangen Jetzt der Schuss Treffer versenkt Endlich Das ist der Treffer Den dieses Spiel hier so bitter nötig hatte Sehr gute Schusstechnik Keine Chance für den Torhüter Sie gehen mit 1 zu 0 in Führung So kennen wir ihn Er zweifelt nicht Er grübelt nicht Er macht das Ding einfach rein Philippe Coutinho Er kriegt ja den Ball Nutzt er die Chance Sie können hier alles klar machen Und jetzt müssen sie weiter zittern Der ist schön durchgekommen Schon läuft der Gegengang Das ist eine banale Weisheit Wer hinten liegt Muss aus solchen Möglichkeiten Mehr machen Das war nichts schlecht Aber das muss auch optimal sein Wenn du aus dieser Entfernung Das Tor machen willst Daher tönt der Schlusspfiff Das Spiel ist aus Sie haben diese Partie Mit dem knappsten aller Ergebnisse gewonnen Am Ende können sie sich Bei der überragenden Abwehr bedanken Ich bin für euch